Hallo meine Lieben, heute machen wir eine 3-4 auf und ich habe Ferien und ein schönes Wetter und ich sitze im Balkon und ich habe schon mal eine aufgemalt und der heißt Gabi. Der nächste, ne, das ist schon offen, die brauche ich nicht. Die heißt Nomos, das weiße Ohren, das ganz klein Mini und der hat sogar einen Schwanz, der ist blau und der Drache hier, das ist auch blau. Und hier weiß, das ist Flügelflügel und hier im Film, das ist Flügelflügel und hier ist blau und da ist weiß und pink, das ist der Film. Und hier heißt es, ne, das ist auch eine Art. Und hier ist es, Nex Out. Das ist Gara und der grüne Flügel, die sehen so aus wie ein Blätter wieder. Und der hat wieder sowas in den Ohren, das sieht aus wie selber und der hat gelb von seinem Gesicht, der hat hier grün wieder und der hat hier pink und schwarz und der Drachen hat hier auch pink. Jetzt mach ich die letzte auf. Ja, wie cool. Hier heißt Akari und das habe ich jetzt bekommen. Da ist Lila, da ist Helllila, hier ist Weißzucker, hier ist wieder Flügel und hier ist ein winke Ohr und der hat sogar noch ein Schwanz mit Blau mit Weiß und der hat sogar hier auch ein Herz. Der hat sogar auch hier ein bisschen und nix mehr. Tschüss ihr Lieben, Daumen nach oben und abonnieren.